Zum achten Mal hat Veranstalter Ferry Pollay zum World Masters der Professionals in den lateinamerikanischen Tänzen gerufen und die Weltspitze der Tänzer ist wieder nach Innsbruck gekommen. Insgesamt 19 Paare aus Deutschland, England, Italien, der Schweiz, Frankreich, Finnland, den Niederlanden, Russland, Tschechien, Polen, Ungarn und Österreich versuchten unter den besten sechs und damit ins Finale zu kommen. Wie immer war die Doganer des Kongress ein festlicher Austragungsort, an dem die Tänzer vor begeistertem Publikum ihr Können zeigen konnten? Göran und Nicola Nordin Brian Watson und Karen Hardy Aus Russland Viktor Nikowski, Larissa Davidova Aus Frankreich Raphael und Sophie Gröninger Peter Schramm und Nathalie Delcois Aus Finnland Eriks und Sanna Henton Und für Österreich Martin und Gina Götze Und hier im Bild sehen Sie die Titelverteidiger Brian Watson und Karen Hardy. Bei ihrem Training Und dann hat man die Karen Hardy gefragt, was Tanzen wirklich ist, sei es nun Sport oder sei es Kunst. Und sie antwortet sehr gescheit. Sie sagt, natürlich braucht man ein Durchhaltevermögen, deswegen ist es Sport. Aber wenn man dann auf der Tanzfläche steht, dann kommt auch Kunst dazu, denn es ist der Ausdruck, der letztlich entscheidet. Es ist wie beim Ballett. Man reagiert auf das Publikum, man reagiert auf dem Parkett. Und wie wir uns bewegen und was wir machen, das ist letztlich Kunst und das ist etwas Emotionelles. Am Vorabend gab es für die Tänzerinnen und Tänzer einen Empfang auf Schloss Starkenberg. Natürlich standesgemäß, wie es in Tirol der Brauch ist, mit der örtlichen Blasmusikkapelle, mit einem Schnapsel von den Marketenderinnen kredenzt. Und Ferry Pollay lässt es sich nicht nehmen, mit einer ganz berühmten Dame zu tanzen. Ja, es ist Lorraine Rodin, die erste Weltmeisterin im Lateintanzen. Heimische Küche wird aufgetragen. Wir werden sehen, wie es den Tänzerinnen und Tänzern aus aller Herren Länder schmeckt. Das Bier auf alle Fälle. Hier war die Frage, wie fühlt man sich 24 Stunden vor so einem großen Turnier. Aber ich schätze, die Nervosität wird morgen in der Früh anfangen und dann steigert sich das langsam hoch. Also, der gute Brian Watson und die Karin, die fühlen sich fabelhaft 24 Stunden vor dem Turnier. Natürlich wird auch die heimische Tanzkunst gelehrt und da müssen die Engländer mit tun. Brian Watson und der andere. John Burns macht auch mit. Na ja, Spaß macht es auf alle Fälle auch den beiden Engländern. So, jetzt sind wir wieder im Kongress, in der Dogana. Es beginnt das Finale des World Masters 1997. Ich sage Ihnen ganz kurz, wer das Finale erreicht hat. Start Nummer 4, Sandro Cavallini, Hanna Kartunen. Start Nummer 5, Martin Dielmann, Lydia Weißer aus Deutschland. Nummer 15, Viktor Nikowski, Larissa Davidova aus Russland. Nummer 16, Göran Nordin und Nicola Nordin aus England. Nummer 25, Alan Tornsberg und Carmen aus Deutschland. Nummer 26, Brian Watson und Karen Hardy aus England. Ellen Tornsberg hier im Bilder hat sich im letzten Jahr besonders auf Showtänze konzentriert und hat sich damit einen Markt in dem Sinne geschaffen und möchte dann im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr nur auf das reine Tanzen sich konzentrieren. Frau Polei, Hanna Kartunen ist ja Finin. Sie ist geborene Finin, ja. Sie lebt jetzt in Rom. Sie tanzt erst seit einem Jahr mit Sandro Cavallini und sie trainieren bei Espen in Saalberg in Rom, der sie coacht eigentlich in jeder Beziehung, auch was Kleidung und alles Mögliche drumherum betrifft. Thank you for couple number four. I ask now Mrs. Tonja Garamella, America, USA. Ein zweiter Platz. Mrs. Josette Gérard, Frankreich, for couple number four. Ein fünfter Platz. Mr. Peter Hülters aus Deutschland. Ein vierter Platz. Mr. Igor Jagersky, Slowakei. Ein vierter Platz. Frau Waldsharpulay. Ein dritter Platz. Mr. David Roberts. Ein dritter Platz. Und Mrs. Lorraine Rodin. Ein fünfter Platz. Für Sandro Cavallini und Hanna Kartunen. Für Sandro Cavallini und Hanna Kartunen. For couple number five, please. Martin Dillmann und Lydia Weißer, die Wertung. Da hat Ihnen Ferry Polley zunächst einmal die Kampfrichter vorgestellt. Drei, 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 fünf, fünf, vier. For couple number 15, Viktor Nikovsky und Larissa Davidova. Sechs, sechs, fünf, sechs, vier, vier, drei. For couple number 16, gore an Nicola Nordin aus England. Fünf, vier, sechs, fünf, sechs, sechs, sechs. For couple number 25, in Germany aus Deutschland. Alan Tonsberg und Carmen. Drei, zwei, 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 zwei. Und für couple number 26, Brian Wetzel und Karen Hardy von England. Siebenmal der erste Platz. Couples, your second dance, the Samba. Bitte Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hoppla, sowas kann passieren zum Trost für Sie, meine Damen und Herren. Bestimmt haben Sie als Zuschauer schon manchmal das glatte Parkett kennengelernt. Also auch Weltspitzentänzern kann das passieren. Ein Straßsteinchen zum Beispiel genügt. Ein Straßsteinchen zum Beispiel genügt. Und für Menschen, die Samba. Und für Sie, die Samba. Are you ready? For Capo number four, please. Dritter, vierter, vierter, dritter, 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 vierter Platz. Das ist ein eindeutiger dritter Platz. For Capo number five, so is. Vierter, dritter, dritter, vierter, 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 fünfter Platz. Ein vierter Platz für Deutschlands Martin Dielmann und Judy Reißer. For Capo number 15, fünfter, 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 sechster, sechster, dritter Platz. Der fünfte Platz geht an Russland. Viktor Nikkowski, Larissa Davidova. Sechster, 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 fünfter, fünfter, sechster Platz. Und der sechste Platz an Göran Nordin und Nicola Nordin. Erster, zweiter, zweiter, siebenmal der zweite Platz für Ellen und Carmen. Der Capo number 26 verbleibt nämlich siebenmal der erste Platz. Also es scheint auf einen Zweikampf hinaus zu laufen zwischen Alan Thornsberg und Carmen aus Deutschland und Brian Watson und Karen Hardy aus England. Nun kommt jener Tanz, der beim Publikum ganz besonders beliebt ist. Ein ausdrucksstarker, gefühlvoller Tanz, die Rumba. Im Tanzsport hat es natürlich auch die Weltmeisterschaften jedes Jahr gegeben, so auch heuer wieder. Und bei den Weltmeisterschaften, Frau Polley, da hat es Ablösen gegeben. Zunächst die legendären Weltmeister Tony Burns und Kenneth Fairweather und dann Bianca Schreiber und Reinhard Galke. Galke Schreiber haben heuer die Weltmeisterschaft gewonnen in Deutschland, sind aber am selben Tag noch abgetreten. Das heißt, der Titel ist eigentlich jetzt vakant. Es hat die Europameisterschaft im Herbst stattgefunden. Die hat Jukka Haberleinen aus Finnland gewonnen. Aber Brian Watson, der Dritte bei der Weltmeisterschaft war, war bei der Europameisterschaft nicht am Start, da seine Mutter zu dieser Zeit sehr schwer erkrankt war. Also Brian Watson und Karen Hardy könnten eigentlich die Nachfolger von Schreiber Galke werden. Ja, es ist eigentlich meiner Meinung nach noch absolut offen und wir müssen jetzt die nächsten Turniere abwarten. Vielen Dank. Ja, es ist einfach nur noch Selbst war. Staher wird我說 Juggies, now may I ask you for remarks for Kappel No. 4. Zwoter, vierter, vierter, dritter, dritter, vierter Platz. Kappel No. 5. Vierter, dritter, dritter, vierter, 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 fünfter Platz. Kappel No. 15. Fünfter, 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 sechster, sechster, dritter Platz. Kappel No. 16. Sechster, sechster, sechster Sechster, fünfter Fünfter, sechster Platz Bekaver number 25 Dritter, zweiter, erster Zweiter, zweiter Zweiter, zweiter, zweiter Platz Bekaver number 26, please Erster, erster, zweiter Erster, 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 erster Platz Und nun der Paso Doble Der Zweischritt jener spanische Tanz Der so feurig ist und von dem man immer sagt Er sollte eigentlich den Stierkampf darstellen Freilich mit menschlichen Darstellern Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Göran und Nicola Nordin feiern heute ihren sechsten Hochzeitstag Und es wird wahrscheinlich der sechste Platz werden Das passt gut zusammen Aber man muss natürlich dazu sagen, Kapolei, dass es immer wieder eine tolle Leistung ist Überhaupt ins Finale zu kommen Denn das World Masters ist sehr, sehr stark besetzt James, please, you mark for the couple number 4 Drei, 5, 3, 3, 3, 3, 4 The couple number 5 Fünf, vier, drei, vier, vier, fünf, vier, fünf. Kapitel Nummer 15. Fünf, vier, fünf, fünf, vier, fünf, drei. Kapitel Nummer 16, please. Sechs, 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 siebenmal, sechste Platz. Kapitel Nummer 25. Zwo, zwei, 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 eins, zwei. Kapitel Nummer 26. Sechs, eins, 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 zwei, eins. Your last dance in this final is the jive. Your last dance in this final is the jive. Your last dance in this final is the jive. Your last dance in this final is the jive. Your last dance in this final is the jive. Your last dance in this final is the jive. Your last dance in this final is the jive. Your last dance in this final is the jive. Your last dance in this final is the jive. Your last dance in this final is the jive. Your last dance in this final is the jive. Musik 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 5, 6, 4, 3, 5, 4, 4, 3. The couple number 15, Viktor Nikovski und Larissa Davidova. 5, 6, 6, 4, 5, 6, 4. The couple number 16, from England, Göran Nicola Nordin. 6, 5, 5, 6, 6, 5, 6. To Alan Tornsberg and Carmen, couple number 25. 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Und damit ist es klar, dieses Paar ist Zweiter geworden. Alan Tornsberg und Carmen aus Deutschland. Bleibt der erste Platz für jenes Paar, über das Sie jetzt gleich sehen werden. Brian Watson und Karen Hardy. An dritter Stelle dann Sandro Cavallini und Hanna Kartunen. An vierter Stelle Martin Dielmann und Lydia Weisser aus Deutschland. Fünfte Viktor Nikovski und Larissa Davidova aus Russland. Und letzte, oder sechste besser gesagt, Göran Nordin und Nicola Nordin aus England. Jesus Carmona Moreno und Mireia Panes Garcia aus Barcelona, 12 und 13 Jahre alt. Sie zeigen uns einen modernen Flamenco. Flamenco ist viel mehr als ein Tanz. Er ist eine Lebensweise und eine Art, das Leben zu verstehen. Und es kann durch verschiedene Rhythmen im Flamenco ausgerückt werden, wenn man es vorher empfunden hat. Die beiden kommen aus Barcelona, aber entdeckt habt ihr sie, Frau Pollay, in einer anderen spanischen Stadt. Wo genau? Und wir haben sie in Valencia gefunden. Wir haben dort in einem Kaffeehaus uns heimlich dazu gesetzt. Und wir waren fasziniert von der Tradition, die schon im frühen Kindesalter gepflegt wird in Spanien. Wie alle unsere Kaffeehaus uns beроде Untertitelung. BR 2018 Flamenco, Berg und Carmen, hinreißende Musik natürlich dazu. Jetzt aber zum letzten Kürtanz für heute. Brian Watson und Karin Hardy mit einer Samba von TNN. Musik 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 Und da sagt man immer, die Engländer hätten kein Temperament. Siegerehrung, die dritten Sandro Cavallini und Hanna Cartonen aus Italien. Die zweiten, Alan Thornsberg und Carmen aus Deutschland. Und die Sieger, Brian Watson und Karin Hardy aus England. Musik Übrigens eine recht erfreuliche Nachricht für alle Anhänger des Tanzsports. Tanzen ist olympische Disziplin geworden. Frau Pollein. Zur praktischen Austragung, das wird natürlich noch acht bis zehn Jahre, fürchten wir, dauern. Aber immerhin, Tanzfraud ist jetzt als olympische Disziplin vom IOC anerkannt. Ja, abte eines Tages werden wir die Tänzer, vielleicht auch sogar diese, bei olympischen Spielen wiedersehen. Mit einer Rumba, gesungen von Semino Rossi, begleitet von der Big Band Hötting und der Johannes Benedikt. Und dem allgemeinen Tanz der Finalisten und der Teilnehmer der Zwischenrunde geht diese gelungene Veranstaltung dieses World Masters 1997 zu Ende. Und dem allgemeinen Tanzfraud ist jetzt als objektiv. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020